Krimmer, LKA. Was ist denn hier los? Ja, wer ist tot? Orkan Erdem. Der Fußballer. Der Topspieler der deutschen Nationalmannschaft. Sie werden den Fall Orkan Erdem gemeinsam leiten. Ich brauch kein Kindermädchen. Eine Menge Leute haben keinen Hals für Erdem. Die ganze Stadt ist ein Pulverfass. Sieh zu, dass niemand ein Streichholz dran hält. Wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir ratzfatz. Ein Rassenkrieg an der Backe. Wenn eine Sache schief geht, geht alles schief. Ein Murphy's Gesetz? Das ist nicht ein Murphy's Gesetz. Nicht? Nee, nicht. Ich weiß nicht, ob man auf. Aber am Ende machen wir den Täter klar. Das garantiere ich dir. Noch nie eine Linie überschritten. Ich stehe gerade an einer. Sie sah nur aus, als hätten sie uns erwartet. Was hast du getan? Was ist denn los? Die Musik zu laut oder was? Die Polizei fährt verstellt Streife. Ich hab wirklich Angst. Ist gut. Fällt dich im Leben. Dass ich dich mag, weil du mich an die Frau aus meinem Lieblingsfilm erinnerst. Welcher? Baby. Aus Dirty Dancing. So ein Unsinn. Typen wie du schau, nicht Dirty Dancing? Typen wie du schau, nicht Dirty Dancing? Bis zum nächsten Mal.